Und damit seid ihr rußt. Willkommen zurück zu Pokémon Reborn, Adventskalender 22, in dem 2.1. Ok, wir werden aufgehalten von jemandem. Ich bin recherchiert Pokémon's hidden abilities. Apparently, they even appear on Wild. Pokémon in Reborn. Help me out. Techie Jonathan. Ok. Wenn man will, angriffen. Mittenherstert. Von einem Trump. Von einem Trump-Pokémon. Das stimmt doch, die Weiterentwicklung von dem es sitzt. Die Weiterentwicklung ist halt einfach. Die Trump-Parodie. Gut, ein bisschen Training für das Pokémon. Max defeated Techie Jonathan. Ich sehe. So, das ist die Normal-Mathodologie. Dann... Max... Gott. Ich bekam 64 Dollar Taschengeld und die Kriegskampf gegen den wilden Professor hervor. Assistenten. Oh, hier ist großes Gras. Interessant. Und jetzt. Kommt hier auch schon unser zweites Pokémon anfangen. Das wäre zu wild. Denk neben dem Labor. Und jemand hat die Statue zerstört. Ist ja noch wilder. Ok. Ok. Ein Rattata. Ein Rattata. Rattata? Ok. Ist das wirklich der irgendwelche Begriff dafür? Bezweifelt ist... Ne, ein Rattfratz wollen wir nicht. Mhm. Ein Petrat. Nur... Ja, ne. Eigentlich nicht so. Ich fange hier irgendwie Pikachu. Das wäre zu geil. Oh. Ein Taubsee. Ja, das können wir gebaut. Das können wir mit dem Team nehmen. Das ist... Das ist legit. Ähm... Kämpfen würde ich nicht machen. Guck mal. Los, auf geht's. Und das ist gleich das zweite Team mit Piet. Oder auch nicht. Ihr habt hier unten aus. Ja komm. Ihr zweites Teammitglied. Oh... Let's go. Götcha. Pity... Pity... Pity Pity... Pity... Pity die Kanabe oder wie man so spricht. Ok. Jetzt brauchen wir auch einen Namen. Es hat extrem sch fps. Sicht einfachum Auf fullness. Es kann... Und wenn wir zurückkommen zu ihrem Nest, however far it may be removed from its familiar surroundings. Okay, Parfumsmutter Wir geben ihm eine Nickname. Wer könnte ein Taupsi sein? Max. Nicht Max, sondern Max. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber ja. Der Max. Max und Max. Vielleicht schreibweise. Eine andere Nennung. Können wir hier Pokémon halten? Ich würde ganz gerne wissen, Pokémon Center. Können wir hier mal unsere zwei Pokémon. Schreibt mir übrigens gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ding hier, oder den Hintergrund für nützlich hier extra für dieses Wins Kleiner Projekt angelegt habe. Alles hier drum herum. Das mit dem Logo und der Schneelandschaft, mit dem, 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 man sagt mir, wie das αποistöst war. Stoffel, please stay, you are driving me crazy. Stoffel, okay, ist deine Arme vonnehmen? Lol. Lol. Er sagt einfach Lol und haut ab. Stoffel. Oh, not again. Oh, excuse me, I didn't mean to get in the way. It's just my Stoffel. It won't listen to me at all, ever since it's become level 21. It's been totally out of control, even though I raised it from my neck. I guess I shouldn't have underestimated when I heard that Pokemon only listened to trainers. They really expect. Pokemon will always suspect you up to a certain level if you have a gym badge and you can see that level on pure trainer cards. It's the first visible one. But what if I can't win a gym battle? Is there some other way? Oh, I need to hurry up and find Stoffel to buy. Okay. Okay, also unsere Pokemon geräuchten uns auch nicht. Oder was? Trainerkarte. Name. Was ist die ID-Nummer? Pokédex. Time. Okay, wir haben ein bisschen Geld da. Ah ja. Pokégear, was können wir da machen? Map. Ah, kurz mal die Map von LeBron und Krüger. Was haben wir denn hier? Wüste. Ah. Ok, interessant. Wasteland. Ok, das wird auch nicht sehr interessant. Shootbox, da können wir uns noch was anhören. Haha, Querditz Musik. Wie die Bösch. Das Rhythmische Klicken. Das passt voll. Was ist das? Wie sind die Böscher? Das war's. Okay. Okay. Dich, Dui. Okay. Okay. Champion Musik. Der Soundtrack von diesem Spiel ist echt awesome. Das ist die Champion Musik. Ich meine, die werden auf diesem Let's Play nie hören, aber ja. Ich spiele jetzt mit der Champion Musik weiter. So können wir jetzt hier durch. Hey, du willst mich überlegen? Let's see some Pokemon. Oh, well, look what you got there. But do you know how to use them? So, ob die Musik jetzt weiter geht. Scheiße Musik. Kampf. Das ist ja episch. Ja, ich weiß, wo man es nutzt. Und wir sind doch mal unser anderes Pokemon. Wir sind doch mal ein Pass zu trinken. Hm, okay. Du kannst pass. Okay, das ist doch ein bisschen... Das ist ein bisschen zu Action. Ich weiß nicht. Ja. Ich meine, die Standard Musik. Passt dann besser. Okay. Jetzt geht's los ins Abend. Wir dürfen nicht aufbrechen. Wir dürfen endlich hoch. Wir dürfen jetzt auch hoch. Okay, back off. Ja, das hier ist der Oberbridge. In anderen Worten, if you want a pass, the only way is... to run your way is off the way. In anderen Kampf. Hotshot Eric. Kein Problem. Immer sogar mit dem Kratzer hin. Oder auch nicht. Mit zwei Kratzer am Halt. Oder mit drei Kratzer. Ist auf keinen Fall eine Hördung. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Jetzt dürfen wir hier durch. Ist nur der Weg rechts lang. Statt links lang. Gucken wir mal hellen. Dann müssen wir auch gleich mal unten sortieren. Und auch mal mit Topsy trainieren. Der soll mal... Der soll mal... Der soll mal... Der soll mal nach vorne und kämpfen. Und das Level rein. Einigermaßen gleich halten können. So... Oh, ein Trainer. Wow, wow. Look what the cat's dragged in. Weißt du, wie man das so besetzen kann? Das ist nicht... Das ist ein... Das ist ein... 3 Oh oh Grip Er hat sein Bestes gegeben Rache Das war's mit Oha Ein Shiny-Emozi Bin gespannt wann wir das erste Shiny gefunden Und Das erste Shiny-Kaufs Die finden und Das was wir angefangen haben austauschen Turn to Shreds Max got 48 Dollars Geht sich kräftig zum Kampf hervor Heilen muss sein Ich meine wir haben auch Tränke aber Keine Beleber Ein bisschen vorsichtiger kämpfen Live on the edge Man St Street Red Andreas Aha Ok Level 5 Nichts zu lange kämpfen Nichts zu lange kämpfen So was wechseln Ich denke auch ein paar Erfahrungs-Punkter-Pick So machen wir es Ich hoffe es funktioniert so Oha Oha Er hält was aus Ah sehr schön Level 4 Und Level 10 Smokescreen Ok Ein Stein im Weg Ein Stein im Weg Ein bisschen Weg aber Awakening Ok Aufwäcker So dass sein Wir bekämpfen anderen Vielleicht Diese City Ehm Fitting Entrance In meinem Battling-Carrier Ok Wir haben ihn noch nicht gehalten Aber wir können ihn gleich zurückholen Ok Lois Max Moody Max Moody Was Eigentlich Scratch Mann Verdammt Ist Moody erledigt Das wird doch nichts Als ob das Max schaffen kann Kannst du uns versuchen Und verkacken Blacked out Max Max To To Pokémon Center Protecting Exhausted Und Feinted Pokémon Von Förder Ah So Es ist aus Ich muss noch ein bisschen trainieren Es ist noch nicht so einfach Wir haben unsere Gegner vielleicht ein bisschen geschätzt Wir kommen nicht lang Es ist abgesperrt Civilian entry to this area is currently prohibited due to suspicious activity in Obsidia Park Für eure Sicherheit Wir fragen uns dass du zurück Und T-Dots Was haben wir hier? Hey, kannst du dich sehen? Wir sind hier busy Aber was machen die da? Dann haben wir das Pokémon verprügelt Oh, ein anderer T-Dots Und schwammisch Das ist Müll-Pokémon Müssen wir uns auch irgendwann mal fangen In diesem Spiel unbedingt So Kinder, so, so Brauchen wir uns mal eine Idee Wenn man die Stärkung um kämpfen lässt Und Das schwächere Eindruck austauscht Oh Oh Poison Ja, es ist nicht gut Wir werden mal halt anfangs noch nach jedem Kampf Zum Maxli und Sand Attack Okay Sand Attack 24 Dollar Oh Wait Do whatever you want Müssen wir nach jedem Kampf jetzt zurück zum Pokémon-Mod-Center In dem Sinne Wow Schöner Effekt Schön animiert We survived the poisoning Person fade away Okay Schön Will trotzdem aufladen Du merkst, ich hab Auto-Warn-Dings drum Du merkst, ich hab Auto-Warn-Dings drum Das ist automatisch rennt Oder merkt er nicht Weil Ihr seht nicht, will ich das nicht drücken Okay, was haben wir denn hier Hey little Pokémon, you like to swim, mate? Hey 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 If you don't do exactly what we say We'll throw you right over the bridge Hey You messen up our game Shoo, fly That's You gonna stop us Doppel Kampf Doppel Kampf Zwei gegen einen Was für Feindliche Aber Ich werde es zeigen Ich hab auch zwei Pokémon Ich hab auch zwei Pokémon Zattacke Zattacke Okay, da passiert nicht viel Nur die Werte ein bisschen gesenkt Ich versuche mal Smoke-Speed Ah, okay Das macht da was besser Oder schlechter Besser für uns Besser für uns Besser für uns Reden Das war zum Verstand Wir haben aber da auch schon so einen Streifen Er hat schon drei Oha, das ist der Lila. Interessant. Man sieht immer die Statusveränderung. Max Defeated, Hot Shot, Jackson Street, Red Mag. Hey, all right, all right, all ready. Vichy! Faktivistour gewonnen. Jetzt haben wir die Mobber hier, die Pokémon Mobber, besiegt, jetzt haut ab. Pah, fein, Real Stop. Die fiesen Mobber, weg mit euch. Pachi, pachi Pachi Sue, seems to want to drain your party. auf jeden Fall das armen Ding, was hier gemobbt wurde Nickname okay und weibliches das tut mir jetzt natürlich leid ist jetzt nicht so ich hab den Namen parat ist das natürlich jetzt ja ich werde jetzt meinen Pen-Paper-Trupp hier mit bestücken deswegen ich bin jetzt auch ein Mobbing-Opfer nein ist nicht so gemeint okay ein drittes Pokémon im Team interessant so kriegen wir unser Team auch voll ja wenn es voll ist dann machen wir mal ein besseres Team mit dem Krieg kriegen dann werden wir mal umsortieren nur weil es Team voll ist heißt es nicht dass kein weiteres Team mit da reinkommen kann Apaches sucht gar nicht ich glaube die Weiterentwicklungen waren gar nicht schlecht ich suche gar kein schlechtes Pokémon kann man glaube ich im Team behalten ist nicht verkehrt ist nicht verkehrt okay wie sieht das mit den Werten aus ich bin jetzt 5 oder 7 also muss Jummi mal eine Spitze dann Max und dann Modi dann Max und dann Modi dann Max und dann Modi dann so ist die Kampfreienfolge ja ok kurzer Stiel auf die Uhr ein paar Minuten haben wir noch auf diesen Port dann bekämpfe wir ihn noch ok den Text haben wir schon lesen jetzt sind wir drei Pokémon ich hoffe man sei denn eines wohl das werden wir schaffen zu besiegen so was kannst du 8 und roll Quick attack OK Okay, wir tauschen einen E-Maxx. Oh nein! Oh, wir sind aus. Jetzt schaffen wir es ja. Nice! Was hat sein erstes Bookman besiegt? Der erste Gegner. Gentleman Norman besiegt. Vielleicht sollte man stopp battling und start travelling again after all. Hunderts Dollar. Nice. Wir werden reich. Jetzt nochmals zum Bookman Center. Das Team Hellen. Schauen wir mal, was dort hinten los ist. Die erste gute Tat für den heutigen Tag haben wir schon getan. Wir haben das gemobbte Bookman hier aufgenommen. Da waren wir so gütig. Okay, Schatz, hier kommen wir nicht weiter. Okay, Schatz, hier kommen wir nicht weiter. So, hier ist ein Lockdown. wave... ... ... ... ... Ich bin ein Läser, aber ha, nicht mit Absicht. Please move along. The way will be open once. It is deemed safe. Ok, hier kommen wir nicht weiter. Ja, nun. Und nun. No Peridot Way. Wir sind jetzt lang. Jetzt können wir hier lang. Hey, do you wanna help a guy out? Get any chains? Spare? Auf die Donner? Das ist wahrscheinlich Abzocker, aber was soll das? Ok, haben wir ihm einfach Geld gespendet. Interessant. So, they probably have a base in that direction. In what direction? Neocircuit Power Plant. There is something written underneath. Neocircuit is such a lame name. The official with the title of this place. The elect to dance the happy doom time house of cheer. Ah, yeah. An atomkraftwerk mitten in der Stadt. Was kann auch schon schief gehen. A new trainer. Why don't I introduce you to this place? Ist das genau so zu tun? Mit einem Pokemon Kampf. Okay. Doxy Horror. Ein... Wie ist das auf Deutsch? Schnudelhoof? Oder was ist das? Pumelhoof. Schnudelhoof hat die Wetteritsbildung. glaube ich. Ich weiß es so genau nicht. Oh nein! Ja, das war glaube ich Bumbenhoff. Er schläft. Wir haben doch Aufwegerdings. Medizintasche war das. Awakening. Obwohl das uns wahrscheinlich nicht viel bringt. Obwohl ich es vielleicht wieder einsetzen kann. Ja, war klar. Ok, tauschen wir mal gegen Max. Ich glaube ich kann es schon besser attacken, oder? Ne, kann er nicht. Okay, Max kämpft weiter und kann es kämpfen. Oh, ein... Wie mehr fällt der Name nicht ein. Das End-Pokémon aus der vierten Generation. Oder ne, die... Fünfte Pokémon weiß und schwarz war das. Da kommt das her. Relativ am Ende kann man das erst kriegen. Stuckblatt. Ne, gar nicht bis zum Ende. Der ist ab der Mitte. Drückenmann schwarz und weiß geht es ja dann. Und achten worden dann nochmal. Um die runter. Um die, dann müssen wir dann nochmal. Gast, hör mal in der Hand. Du bist nicht so... Hm... Du bist nicht so... Inspirant... Hm... Keine Ahnung. Mein Englisch ist so schlecht. Ich weiß gerade... 42 Dollar vorgelegt. Hier zieht die Kräfte im Kampf hervor. Den haben wir denn hier. Teddy. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Die Ursa flieht. Okay. Ist geflohen. Oh nein! Wo sind wir denn hier rein geraten? Überall Kämpfe. Hey der. You know, das ist mein Hut. Wir kommen ja aus dem Kämpfen gar nicht mehr raus. Kassaluba. Kassaluba. Satt. Satt. Oh nein! Stimmt, er schläft noch. Ich soll vergessen... ...dass er noch schläft. Und der ist fast erledigt. Oh nein. Aber was soll ist... ...würste uns trotzdem. Ah, das war ein Gast. Sehr effektiv. Habe ich effektiv genug? Gut, dann bleibt noch mal hier. So, verbrenne. Verbrenne Baum. Och, fünfte Generation. Wir kriegen... ...weiß und schwarz. Okay. Nächster Gesser. Wir müssen wirklich einen Ausweg finden. Nein! Ich wollte den Part schon expanden hier. Ja, aber im Bookman-Zettel will ich das machen. ... 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